So, dann müssen wir ja theoretisch gesehen nur auf die Toten warten. Was war das für ein Buch von den Anderlingen? Anderlinge, 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 da müssen wir uns aber irgendwas für wegwerfen. Ich denke mal, die Fische können wir wegwerfen und vielleicht noch das Hammelbein. Was konnte ich jetzt hier noch? Hier konnte man doch noch ein Behälter. Und noch irgendwo irgendwas. So, da, hier am Schrank. Super, was ist das jetzt wieder? Himbeersaft. Ja, Wayne, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kann ich eigentlich mit dir handeln? Du wärst doch irgend so... Ja, das kennen wir doch. Da. Ja, ich will auch nichts kaufen. Ich will verkaufen. Oh, oh, temerisches Stahlschwert. Uiuiuiuiui. Schaden? Minus 20%? Hm, egal. Ähm, ich will ja auch, wie gesagt, nichts kaufen. Ich möchte... Was kauft er denn? Mierenfett. Ja, hier, nimmst du halt. Und Salpete. Was sind das da für Rollen? Malmsteine. Achso. Ja, komm, die Sachen kannst du kaufen. Die hab ich ja jetzt beim letzten Mal also quasi noch gar nicht benutzt. Was haben wir da? Feuersteine. Ja, die zwei behalte ich. Zehn kannst du haben. Schwarzpulver, Salpeter. Ich weiß nicht. Das kann man garantiert nochmal für irgendwas gebrauchen. Deswegen kriegst du das nicht. Eine Axt haben wir schon. Temerischer Eisendolch. Ja, haben wir auch schon sowas Schickes. Könnten jetzt noch hier so eine Mini-Axt kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Kaufpreis 200 und wir haben nur 294. Das ist... Nee, nee, nee. Dankeschön. So, dann müssen wir ja theoretisch gesehen nur warten, bis jetzt hier die... Mistviecher aus dem Wasser kommen. Gucken, ob wir hier irgendwo ein Lagerfeuer haben. Seiten ist doch ein Lagerfeuer. Feuerstelle. Können wir direkt mal einen von unseren guten Feuersteinen benutzen. So, ich möchte meditieren. Wie lange möchte ich denn meditieren? Bis Sonnenuntergang. Ja, so. Sagen wir mal hier. 11 Stunden. Gucken, was wir machen. Ob dann schon Viecher da sind. Okay. Tatsächlich ist noch niemand da. Was haben wir hier? Nieswurz, Schöllkraut. Nehmen wir alles mit. Einfach mal hier ein bisschen Kräuter sammeln. Solange wir nichts besseres zu tun haben. Aber dann ist auch gleich wieder Nacht. Dann kommen ja auch nicht nur die Ertrunkenen, sondern dann müssten ja auch die Bestienviecher da wieder kommen. Was hier so gibt. Da ist nur eine Brücke. Kaufmannsbrücke. Yay. Na, wir müssen ja auf die Ertrunkenen eigentlich warten. Wäre also cool, wenn irgendwer jetzt mal auftauchen würde. Hm. Ansonsten setze ich mich gleich ans Lagerfeuer und warte noch mal eine Stunde oder so. Ich habe ja wie gesagt keine Ahnung, wann die so... Ob die einen festen Zeitplan haben, wann die kommen, oder... Oder bin ich überhaupt an der richtigen Stelle? Das wäre jetzt natürlich auch noch... Fremde in der Nacht. Ich muss die Ertrunkenen töten, die nachts am Fuß... Verspuken. Auf Kadde. Nach da hinten? Da hinten war ich doch schon. Und dann laufe ich also wieder zurück. Nach da hinten irgendwo. Ach ja. Ich sollte mich nach Kilometern bezahlen lassen, obwohl... So viel wie ich hier rauf und runter renne. Glaube ich nicht, dass ich da... Dass da einer bereit wäre. Aber die Musik ist schon anders geworden. Wir müssten hier doch gleich fichern. Auftauchen, oder? Kann ich hier irgendwas drücken? Toll. Jetzt kann ich hier im Kreis rennen. Ich kann ins Wasser? Naja, nicht so weit offensichtlich. Naja. Schwimmen scheint nicht seine Stärke zu sein. Was soll's. Gucken wir mal, was hier ist. Nichts, da kommen wir gar nicht wo. Also taucht jetzt hier was auf, oder muss ich echt zum Lagerfeuer rennen? Na komm, laufen wir einfach mal zum Lagerfeuer. Warten nochmal so eine Stunde oder so. Vielleicht randaliert ja dann wer da rum. Feuerstelle. Wie lange wollen wir meditieren? Eine Stunde. Ja, eine Stunde wird reichen. Ja, sagen wir mal zwei Stunden. Wollen wir mal nicht geizig sein. So. Jetzt laufen wir darüber zu den Waren. Und, ah, da hab ich doch was platschen sehen. Ja, sehr schön. Schwert und Angriff. Okay, da brauchen wir offensichtlich den schnellen Stil. Vielleicht bräuchte ich da auch den Gruppenstil, wenn jetzt hier schon so viele kommen. Die sehen irgendwie komisch aus, die Viecher. Wie die alle hinter mir sterben, aber der vor mir einfach nicht umfallen will. Danke. Möchte noch wer? Ne. Dann nehmen wir mal. Was haben die denn so bei sich? Leichengift. Oh, Leichengift möchte... Ach, da haben wir ja eh Platz für. Wir haben ja gerade so schön verkauft. Der hatte nichts bei sich. Der hat... Beginnatsäure. Ja. Gut. Gefällt mir. Können wir den auch noch plündern? Der hat eine Ohre. Ach, da kommt schon wieder einer. Ja, komm halt her. Komm, komm, komm. Ja, jetzt aber hier. Gib ihm, gib ihm. Und jetzt hackst du auf ihn ein. Sehr gut, komm, das sind... Mach doch hier mal schöne Kombos. Was soll das denn, Junge? Und jetzt da. Bam, bam, bam. Und auf ihn. Und weiter geht's. Oh, unten, links, rechts, hackt er auf. Und da... Ey, jetzt... Ja, Roms kommen hier, super. Ja, das war jetzt scheiße. Das war einmal zu... Blöd geklickt. Aber jetzt hier, Kombo, Kombo, komm. Tut. Quest aktualisiert. Das hab ich gut gemacht. Was ist er denn? Ja. Catmall, Havkarin. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune. Essef hat gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Havkar-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Einseide, aber auch kein Deune abschauen. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harenswaren. Tut mir leid, Einseide. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fadgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort. Denn wir können uns nicht jeden Tag wie Siemals Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen. Und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fadgern. Lebt wohl. Selber. Ja, ähm. Cool. Jetzt habe ich gerade von anderen Leuten die Sachen verkauft. Aber naja, schon mal machen. Gibt Schlimmeres im Leben. So. Wir krallen uns noch die restlichen Überreste. Damit wir die ganzen schönen Zutaten haben. Und natürlich die Ohrens. Ähm. Wobei ich mal gucken könnte, wie viele Ohrens wir jetzt eigentlich bekommen haben. Achso, wenn ich das schon offen hatte, hätte ich ja gucken können. Wir hatten drei. Also 200 haben die uns, glaube ich, jetzt schon gegeben. Dann gehen wir jetzt zu dem Typ hier wieder. Und sagen ihm, ja, hier deine Ertrunkenen. Ne, die sind kaputt. Aber um seine Waren kann er sich selber kümmern. Das ist, das ist nicht mein Ding. So, wo ist er denn? Der müsste irgendwo im Bett liegen, da hinten. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Äh, äh, Elfen? Ich kenne keine Elfen. Mhm. Wie haben euch erwartet. Wer sind sie? Scoia'tael! Oder Eichhörnchen! Dunger, Anderling, Freiheitskämpfer! Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick! Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls! Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir haben uns unterhalten. Sie sagten, sie würden wegen der restlichen Kisten mit der ganzen Einheit anrücken. Sind die verrückt? Gefährlich für sie so nah bei Visima, wenn jemand Meldung macht. Soll heißen? Scoia'tael-Köpfe bringen einen hohen Preis, Hexer. Aber, aber vergesst am besten, dass ihr das wisst. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Frag den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Lebt wohl. Ja, das war doch... Stufe aufgestiegen. Und 200 Ohrens erhalten. Und wir wissen wieder mehr von den Salamandran. Und wir haben seinen Vertrauen gewonnen. Und, ähm... Ne, was wollte ich jetzt noch tun? Leck in einem Schrank? Ähm... Wir können mal hier am Lagerfeuer... Kann ich da am Lagerfeuer? Nein. Gucken mal, ob wir draußen das Lagerfeuer haben für einen Stufenaufstieg. Damit wir ein paar Tolle Hände verteilen können. Obwohl ich... Ernsthaft... Wow, jetzt hackt der aber hier gerade mit einem Tempo zu. Und das ist schon... Oh, und fuck, linkt. Tja. Ich hab's gerade noch gesagt. Jetzt hackt der mit einem Tempo zu. Und dann... Hacke ich auch schon daneben. So, Lagerfeuer. Ist das noch an? Zufällig? Naja, natürlich nicht. Und lass mich raten, ich habe auch nur noch einen einzigen Feuerstein. Klar, weil ich hier die anderen 10 verkaufen musste. Ich bin so intelligent. Das glaubt mir echt niemand. Ähm... Machen wir es dann trotzdem an und verteilen Talente? Ich denke, oder? Ja, komm. Ja, was soll's. Anmachen, Talente verteilen. Ich brauch das gar nicht anmachen, um Talente zu verteilen. Das hätte ich auch so gekonnt. Oh Gott. Lieber Gott, schmeiß Hirn vom Himmel. So, dann gucken wir mal. Stärke. Wir haben das. Und das ist das mit dem Betrunkensein. Und da können wir Parieren erhöhen. Die Regeneration haben wir schon. Und das mit Händeprügeln. Aber da brauchen wir jetzt eh für das meiste, was wir haben wollen, die Silbertalente schon. Silbertalente gibt's ab Charakterstufe 15. Wo sehe ich denn, welche Stufe ich hab? Da bestimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Na, keine Ahnung. Ist auch egal. Ähm... Ausdauer. Gibt's da noch irgendwas, was ich haben möchte? Schwergewicht. Alkoholrausch erhöhen. Ähm... Naja, was soll's. Ähm... Absorption. Energie aus Orten der Macht zu ziehen. Giftresistenz. Ausdauerregeneration. 25%. 25%. Das hört sich sehr geil an. Bei Intlens. Äh, das hab ich da alles schon genommen. Ach so. Zeichenintensität plus 100. Wieso kann ich das denn nicht? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Geralt erinnert sich an Wissen über einige der mächtigen Gewandungeheuer, ohne dass er ihnen im Spiel begegnen muss. Das ist natürlich cool. Und da können wir irgendwas mit Ölen machen. Bei Gewandtheit. Ähm... Was ist das denn da? Haben wir Angreifen. Oh, da können wir irgendwie gar nichts auswählen. Kann das? Erfordert Bronze-Talente. Ich hab doch drei Bronze-Talente. Spinne ich jetzt? Ach so, ich muss erst das nehmen. Ha. Dann würde ich sagen... Warum kann ich das nicht nehmen? Erfordert Verzehr eines Mutagens. Ah, okay. Wer lesen kann. Dann würde ich sagen, nehmen wir Angreifen, Ausweichen und so auch mal dabei. Dann wollte ich bei... Ausdauer? Nein, nein, doch Ausdauer war das, oder? Giftresistenz? Nein, nein. Ausdauer-Regeneration und das Wissen. Danke. Dann wollte ich gucken, ob ich jetzt einen Trank machen kann. Furchtbringerblick. Sieh mal, einer guckt. Ich kann den Furchtbringerblick machen. Das Auge habe ich drin. Dann brauche ich Vitriol. Da haben wir den Bestienfangzahn. Haben wir noch irgendwas, wo Vitriol drin ist, wo ich mehr von habe? Ähm, offensichtlich nicht. Dann brauchen wir Rebis. Rebis ist er. Da haben wir das Leichengift. Haben wir noch mehr, wo Rebis drin ist? Rebis. Im Schöllkraut ist Rebis. Warum sollte ich denn dann eins von den guten Zeug da nehmen? Ja, doch. So, das Schöllkraut da rein. Und für das nächste brauchen wir Quibritz. Quibritz. Quibritz, 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 Quibritz. Da werden wir wahrscheinlich eh nur das eine haben. Ja, die Balissa-Frucht. Und jetzt doof, würde ich sagen. Aber egal, dann können wir... Eine Pflaumentinktur. Haben wir da reingetan. Können anscheinend auch nichts anderes. Dann mischen wir das und meditieren. Dann können wir nämlich den Trank noch eben trinken. Trank trinken. Macht Sinn. Und dann kriegen wir nämlich nochmal ein neues Bronze-Talent, was wir dann haben. Ah, da kriegen wir gerade ganz viele Zutaten. Und über was... Über diese Bärgäst. Oder wie auch immer die hießen. Ghoul haben wir jetzt. Und da kriegen wir wieder Leichengift, was man damit machen kann. Und Gravaya. Oder wie auch immer. Hirn eines Ertrunkenen. Was wir jetzt alles aus denen rauskriegen würden. Gut. Inventar. Inventar. Das müsste jetzt bedeuten, wir haben hier irgendwo diesen Trank, den ich gerade hergestellt habe. Unbekannter Trank. Weiße Möbe. Da. Den Furchtbringerblick. Den trinken wir. Und wir haben grün geleuchtet. Das ist ja schön. Ähm. Dann gehen wir jetzt hier rein. Sollte ich jetzt nicht ein Bronze-Talent bekommen haben? Nein? Kein Bronze-Talent? Keins? Nicht? Naja. Okay. Gut. Wenn er nicht will. Dann will er nicht. Ach, da sind jetzt die Bargäste und was für da. Ah, da wissen wir jetzt auch, was ist da. Anfälligkeit gegen Silber. Und Niederschlagversuche. Schnelle Kampfstile ist am besten. Und gegen Gruppen, den Gruppenkampfstil ist klar. Da kriegen wir Fangzähne, Ektoplasma und Todesstaub. Was machen denn die Ertrunkenen? Auch gegen Silber und Niederschlag. Schneller Kampfstil und Gruppe gegen mehrere. Leichengift und Ginatsäure haben wir schon bekommen. Das könnten wir sogar die Hirne noch bekommen. Furchtbringer ja auch. Interessant. Gule. Anfälligkeit gegen Silber. Was haben wir denn überhaupt für eine Waffe? Müssen wir jetzt erstmal kurz gucken. Das ist aber, glaube ich, ein normales Stahlschwert, ne? Tja. Nix mit Silber. Naja, egal. Wie dem auch sei. Die nächsten Aufgaben oder die nächsten Typen, mit denen wir reden, machen wir dann allerdings beim nächsten Mal. In diesem Sinne, haut's rein.